Für Lena Meyer-Landrut ging es wieder ins Studio. Während die Sängerin an neuen Projekten arbeitet, verdreht sie ihren Fans ganz nebenbei auch noch den Kopf. In einem transparenten Kleid mit Schnürdetails posiert sie für ein Instagram-Foto. Dabei präsentiert Lena gekonnt ihre heißen Kurven, besonders ihr Po und ihr Dekolleté stehen im Fokus. Auf einem weiteren Foto sieht man, dass die Sängerin den Look wohl mit dunklen Stiefeln mit Absatz kombinierte. In den Kommentaren drehen die Follower richtig durch und sprechen der ESC-Gewinnerin reihenweise Komplimente aus. Neue Musik aufnehmen und nebenbei auch noch die Fans schwach werden lassen, das beherrscht Lena eben perfekt.